mir war gerade kalt ja das passiert und es ist nicht dein ernst oder wir müssen eine mauer bauen unbedingt nicht Ich weiß auch manchmal nicht, warum die sich anhören wie ein... Oh, 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 oh. Oh, hau ab, hau ab. Wasser, geh ins Wasser, geh ins Wasser, geh ins Wasser. Wasser rettet Leben. Nein! Ich bin im Wasser und tot. Scheiße. Ich hole dich gleich. Scheiße! Nee, ich bin tot. Ich bin ertrunken. Echt jetzt? Ja. Scheiße. Boah. Blöde Kuh, Alter. Ich wollte gerade noch vor ihr weglaufen. Ja, du bist so weit weg. Ach ja. Meine Fresse. Das Boot soll sich auf da draußen. Ja, ich versuch's. Schön ist, ich hab mir da Armbrust geschossen. Die macht mir Schaden. Oh. Das hat mir jetzt so ein bisschen den Arsch gerettet. Ich seh jetzt erst, dass der Stewardess der Arm komplett verdreht ist. Das ist jetzt der Große. Den hab ich da auch mit der Armbrust erschossen da. Ich bringe mir eben mal die Rüstung. Und dann muss ich mich, glaube ich, mal, bis du da bist... Ich komm mal in deine Richtung. Verstecken. Gebetzt. Mach das mal. Ich hoffe, mich sieht auf dem Weg niemand. Hm. Oh, ich hab ein Baby gehört. Das ist jetzt grad ganz uncool. Ja. Ah, hier ist unsere Brücke. Ich geh erst mal auf die Brücke rauf. Sobald ich ein Seil finde, ist es auf jeden Fall ein bisschen sicherer. Zack, zack, zack. Es matsch dir so eklig da rum, das Baby. Ach, guck mal. Meine Frau ruft an. Deine Frau ruft an? Deine Armbanduhr. Ja. So. Jetzt hab ich wieder vier Rüstungen. Jetzt muss ich noch mal Medikamente nehmen. Ich geh mal kurz ins alte Lager und guck, ob ich hier ein paar Rüstungen finde für den Weg zu dir, damit ich nicht komplett zerdrescht werde. Essen wär gut auch. Essen wär gut? Ja. Ich hab nichts mehr. Okay, ich nehm was mit vom Trockengerüst hier. Ich weiß, es sieht nicht ganz so gut aus, aber... Ja, gibt Schlimmeres. Ja. Mit Glück hast du auch gleich noch die Mutanten hier liegen. Noch sind die nicht despaunt. Okay. So, kurz gebadet. Alter, wir haben nicht vorbereitet. Hier sind keine Knochen mehr. Jetzt haben wir zwischendurch schon alles abgegrast. Ja, ja. Wir waren ja zwischendurch schon mal... ganz schön hin. Ja. Das stimmt. Oh, jetzt sind die hier genau auf meinem Weg, die Leutis, ne? Muss man grad umweg gehen, dass ich denen nicht begegne. Ja. Ich mach ja auch jedes Mal. Ich zünd das Feuer an und dreh mich dann weg. Ja, das kenn ich. Ja, man kann sogar kriechend rennen, quasi. Also schnell kriechen kann man. Na gut. Oh, jetzt sind die wieder Babys. Oh, ich will einfach hier weg. Willst du dir noch was mitnehmen? Ja, gute Wesen. Die flatschen mir daher die Babys. Die sind zum Glück nicht so schnell. Ja, aber hier verfolgen und mich schon wieder welche. Ich bin jetzt im Wasser bei dir gegenüber einer Küste. Scheiße, jetzt sind die Mutanten auch grad despawned. Na, alles gut. Nicht schlimm. Ich hab doch ein bisschen Rüstung in meinem Inventar gelassen. Was? Ich hab doch etwas Rüstung in meinem Inventar. Ja, Nelly, ich mein dich, dich. Hier, schreit schon wieder einer. Komm, lass mich mal an. Oh. 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 Irgendwas ist ins Wasser gefallen und rennt im Wasser rum. Hä? Okay. Oh, wie bist du denn? Ich seh deinen Namen. Hier. Ach da, du kommst mit dem Floß. Ich komme mit dem Floß. Oh. 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 Auf Feuer mit dir. Jetzt sind wir ja wieder zu zweit. Sollen wir mal ein bisschen mehr Knochen einsammeln. Hier ist auch noch einer. Ich hätte Essen dabei. Ich packe mal was rein. Zack. Liegt hier noch einer rum? Oder war es das? Doch, hier ist noch einer. Ja, das ist noch einer. So, pass auf. Ich habe jetzt auch noch... Oh, da kommt schon wieder einer. Ich hätte jetzt ja eine Idee. Ja. So, pass auf. Ich gehe mal eben ins Baumenü. Das heißt, du musst mich mal eben ganz kurz schützen oder mir Bescheid sagen, wenn du mir Ärger liegst. Ja, mache ich. Ja, eine Verteidigungswand. Und zwar einmal von hier. Bist du ein bisschen tiefer ins Wasser? Dann kommen sie da nicht rumgeschissen. Ich weiß nicht, was da reingeht. Was geht bei den Dingern, glaube ich? Sechs. Achso, sechs pro. So, und dann? Noch mehr davon. Wie viel Rüstung hast du denn noch? Ich habe jetzt fünf. Okay. Dann sammle ich immer noch. Ich habe drei. Hallo, Kollege Schnürschuh. Ich sehe dich. Oh. Hä, wie siehst du denn? Ach, da oben, ja, auf dem Berg? Nee, hier ist eben einer vorbei. Oh, da sind ganz viele. Oh Gott. So, pass auf. So. So. Nee. Damit es halt irgendwie cool aussieht. So, und dann ab ins Wasser, so. So, siehst du das jetzt hier? Geil. Und pass auf, das Ding hat ja auch eine Tür. Kannst du ja hier auch... Ja, ja. So, Tür hier. Und... Oder nee, warte. Dann haben wir hier noch eine Tür, ne? So, dann haben wir eine doppelte Tür. Aber wenn wir das gebaut haben, dann können wir uns hier ein bisschen entspannen. Okay. Ist die Frage, wie läuft es bei dir? Wollen wir für erst wieder mal eine Pause machen, oder? Hä? Was meinst du mit Pause machen? Stream-mäßig? Mhm. Also, ich denke es... Es hat doch keiner was reingeschrieben, dass es scheiße ist, also... Okay. Könnte schlimmer sein, wahrscheinlich. Okay. Okay. So, ein Headshot habe ich gelandet. Einen zweiten. Mh, der Flötenschlumpf fängt an. Ah, schön. Wir hatten alle die gleichen Kinder-CDs, oder? Ja. Oh, was zu essen. Geil. Ja, habe ich hingehängt. Habe ich mitgebracht. Das hilft. So, jetzt brauchen wir natürlich Baumstämme, ne? Ja. Die sind recht weit weg. Ich gehe gleich mit der Kettensägel los. Ja. Wir müssen aufpassen. Das ist... Wenn die uns wieder überrennen... Aber umso mehr Mauern wir hier fertig kriegen, umso blöder tun die sich, hier reinzukommen. Ja. Und ganz zur Not... Oh, das hast du eigentlich ganz gut gemacht hier. Aber pass auf. Nee. Ich weiß noch, was viel besser ist. Ja. Moment, Moment. Moment. Ich parke das mal weiter hier im Wasser. Hm. Und dann können wir von hier, von diesem Stein... Falls nichts mehr geht, und dann hauen wir ab. Hm. Okay. Dann machen wir das. Okay. Und ich glaube... Oh, Knochen. Aber ich bin voll mit... Oh, kannst du keine aufnehmen? Okay. Ah, machen wir eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Bist du das? Ich bin das. Gut. Das war beabsichtigt. Weil dir ist schon wieder kalt. Ja. Die Sonne ist einfach nicht zu warm genug hier auf so einer einsamen Insel. So, jetzt fehlen mir nur noch dreimal Rüstung. Wie sieht's bei dir aus? Fragen. Fragen. Äh, mir viermal, aber ich will einen lieber auf Reserve haben, falls mir wieder was passiert. Also ich hab einen noch auf Reserve. Okay. Ich nehm jetzt erstmal die restlichen Knochen auf. Bei mir sind hier keine mehr. Ne, die hab ich jetzt auch aufgenommen. Ach so. Okay. Und das sind nochmal... Ach, guck mal, kann ich nochmal machen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ich hab noch drei. Ja, ich lass mir mal auch einen auf Reserve. Gegenständ, drücke B, um zu öffnen. B. So, ich baue jetzt mal eine Baumstammrutsche. Ich baue sie da hinten, weil ich muss E-Stickies sammeln. Oh, da. Laut meinem Ding kenne ich noch keinen Waran. Vielleicht, weil ich gestorben bin? Ja, ja. Das ist jetzt alles wieder neu, ja, ne? Hüttensänger heißt der kleine blaue Vogel, der hier rumfliegt. Schön. Was für ein Sänger. Hüttensänger. Hast du zufällig noch ein paar Stickies? Stimmt. Schon wieder schreien hören hier, ey. Aufpassen. Das hat bestimmt mega Spaß gemacht, das zu synchronisieren. Ah, oh. Ja. Bestimmt. Aber so hätte ich ja auch Lust. Oh, ich hatte nicht mehr vier Stickies. Ich hab jetzt viele Pfeile gemacht. Ich wundere ja immer noch unser niemals leeres Feuerzeug. Das ist ein Bick. Natürlich. Mhm. Es gibt nur ein Feuerzeug, was noch besser ist als Bick. Und das ist ein Zippo. Ein Zippo. Stöcker, sieben von... Oh, da hab ich ja zu wenig. Fuck. Ich bin voller Blut. Ja, so, wasch die mal. Hab ich grad gemacht. Brauchst du noch Stickies? Ähm, zwei Stück. Also insgesamt vier, aber zwei hab ich schon. Okay. Da sind die restlichen. Dann können wir jetzt eigentlich den Baumstamm umlegen. Äh, Bäume umlegen. Gott, ich kann wieder nicht reden. Hm. Wir können Bäume umlegen. Ich weiß, es lockt sie an, aber... Es geht so viel schneller. Noch ist unsere Mauer nicht fertig. Nee. Aber wir haben einfach so wenig Ausdauer. Achso, du machst jetzt auch... Okay. Dann sag doch was, dann helfe ich dir. Ich dachte, du schmeißt... Wir brauchen noch Holz. Ja, ich dachte, du schmeißt die Kettensäge an. Ach so. Und ich fahr hin und her. Aber... Ja, das kann ich machen, aber... Nee, so ist eigentlich besser wegen Lärm. Dann hast du schon recht. Ja, ich denke das auch. 171 Bäume, Alter. Wer denkt sich sowas im Haus? Ich weiß das nicht. Okay, dann... Du solltest mal deinen Streaming-Partner echt überdenken. Ja. Wird langsam auch echt anstrengend hier. Und nicht mal ein blödes Wildschirmschwein, was hier rumrennt, ne? Ja. Weswegen wir eigentlich hier sind. Ja. Das stimmt. So, übrigens, von wegen Zuschauer oder so. Ich gucke da zwischendurch immer ja mal drauf, wenn wir streamen, ne? Und denke immer so, hm, schade, könnte mehr sein. Und hinterher kriege ich von Twitch eine Auskunft. Es haben ihnen 17 Leute zugeschaut. Und ich denke, wann das denn? Okay, aber insgesamt dann. Ja, ja, insgesamt waren es dann 17 Leute. Aber wo ich mir denke, naja, ist doch auch eine gute... Ja. Gute Sache. Ja. Ah, jetzt wird es schon wieder so. Ah, wir müssen Licht anmachen. Finde ich nicht gut. Soll es nochmal zwei Optiker gehen. Wenn du jetzt schon Licht brauchst. Wie meinst du denn das jetzt? Ja. Ganz lieb. Ganz liebe Licht. Mhm. Wer es glaubt. Aber du wirst lachen. In den letzten Tagen habe ich echt schon öfters mal beobachtet, dass das Sehen schlechter wird bei mir gerade. Okay. So merkbar auch, weil... Das ist nicht gut. Nee, das ist nicht gut. Aber ich bin halt auch nicht mehr der Jüngste, ne? Nee, geht voll, ne? Neue Pflanze entdeckt. So, komm ich mal wieder mit meinem Wägelchen. Ja, ein paar Mauern haben wir schon fertig. Zwei. Ja, super. Oh Gott. Nein, 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 nein. Ich habe ganz viel Besuch. Oh. Mahalo. Ja, bleib mal da stehen. Oh, keine Pfeile mehr. Nee, ein bisschen anfackeln. Alter, sind das viele. Und wir haben keine Kettensäge benutzt. Du musst dann mal weg. Kloppen nicht kaputt. Ja. Oh, da kommen noch mehr. Abends Wasser. Komm. Komm, lass mal eben aufs Schloss. Das bringt nichts. Nein, so was baut, ne? So was ringsrum. Ja. Dann kommen die alle. Komm mal aufs Schloss und fahren wir einmal weg. Dann wird die wieder weglaufen. Die haben mir jetzt auch wieder sehr viel Rüstung runtergehauen. Ich habe noch vier. Aber das ist ja auch nicht so positiv, ne? Mein Wasser ist leer. Sind sie weg? Ist das Wasser auch wirklich keimfrei? Ich würde gern schlafen jetzt. Die sind nicht weg. Nee? Die sind noch links. Ich mache mal mein Licht aus. Ich niste da kurz. Ich habe gerade Zwiebeln gefunden. Siehst du noch wen? Nee. Nur rechts außen. Wenn wir jetzt in die Hütte reingehen und schlafen, haben wir vielleicht Ruhe. Könnte vielleicht klappen, ne? Ja. Ja. So. Sit. 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 Untertitelung des ZDF, 2020